hey leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen javascript video hier und zwar geht es heute um variablen jetzt denkt vielleicht viele von euch oh mein gott lasst mich bloß in ruhe mit dem scheißdreck in mathe habe ich genug damit zu tun nein es ist nicht so schlimm hier dürft ihr entscheiden was in diese variablen reinkommt und ihr könnt es sozusagen einfach als eine art zwischenspeicher für euch sehen in den ihr berechnungen reinpacken könnt in den ihr irgendwas reinpacken könnt was ihr später noch irgendwie benutzen wollt alles kein problem ihr dürft alles selber frei entscheiden ok super fangen wir an und zwar mit den variablen wenn wir eine variable definieren wollen müssen wir dem compiler oder dem skript erstmal sagen das ist eine variable das tun wir mit dem schlüsselwort war also v a r ok und dann kommt irgendein name den wir uns komplett frei aussuchen können aus mathe werdet ihr wahrscheinlich häufig x kennen aber wir können sie auch einfach hans nennen und jetzt setzen wir mal unseren hans auf zum beispiel fünf nie besser 42 ok so das heißt unsere variable hans hat jetzt den wert 42 das ist auch schon alles das tolle bei javascript ist ihr könnt hier in eure variablen jeden typen reinpacken und javascript entscheidet ist es jetzt ein buchstabe ist es vielleicht sowas hier also mehrere buchstaben hintereinander nennt sich string ist es ein ja keine ahnung eine zahl ist es eine ganzzahl eine kommazahl alles möglich normalerweise muss man das immer noch vorne dran angeben aber das macht alles javascript selber für euch das heißt ihr braucht einfach nur war vorne dran schreiben und schon seid ihr gut dabei ok und wenn jetzt zum beispiel diese variable ausgeben wollt naja was macht ihr dann dann sagen wir einfach mal wir wollen sie ausgeben das heißt wir geben hier einfach mal den hans rein und und vorsicht hier kommen jetzt keine anführungsstriche oder gänsefüßchen hin sonst würde tatsächlich wenn ich das so machen wird hans ausgegeben also das wort hans aber so wird die variable ausgegeben das heißt es schaut habe ich irgendwo eine variable die sich hans nennt ja habe ich also die hier also gebe ich das aus was drin steht und das ist 42 also wird 42 ausgegeben wenn wir das mal aktualisieren hier einfach mal aufnehmen genau hier und dann wird 42 ausgegeben super ja das war alles was wir machen wollten im prinzip wir wollten uns eine variable erstellen jetzt kann es natürlich mal passieren dass wir irgendwie mit hans rechnen wollen zum beispiel packen wir auf hans noch 1337 dazu ok dann aktualisieren wir das ganze mal und plötzlich wird 1379 ausgegeben was genau das ist plus 42 das heißt die rechnung hier wird sofort ausgerechnet und wir bekommen hier direkt die richtige ausgabe das heißt mit hans kann man jetzt auch rechnen ok wir können jetzt aber auch natürlich das hier was wir hier gemacht haben können wir auch einfach in neue variable reinstecken also wir sagen zum beispiel war peter ist gleich hans hans bloß 5 oder sowas in die richtung und dann geben wir hier zum beispiel peter aus naja was dann passiert ist wir haben eine veränderung also wir haben hier eine rechnung ausgeführt und das ergebnis von dieser berechnung das haben wir in der variable peter gespeichert und diese variable hier wird halt ausgegeben also nichts besonderes hier kommt einfach eine 47 bei raus super ok was wir jetzt noch machen können ist folgendes wir können auch diese variable deswegen heißt die variable sie ist variabel das heißt sie kann sich verändern wir können also auch in hans was neues rein speichern das tun wir indem wir hier sagen ok wir weisen hans neu zu also sowas wie hans achtung jetzt brauchen wir das schlüsselwort war vorne dran nicht mehr das brauchen wir nur wenn wir das erste mal auf eine variable zugreifen sonst weiß unser skript nicht was mit hans überhaupt gemeint ist so kann unsere also wenn wir es einmal gemacht haben beim zweiten mal kann uns das skript schon sagen aha hans kenne ich hans ist eine variable in hans speichere ich jetzt einfach der wert der davor in hans drin stand also 42 plus 5 rein und danach steht in hans 47 drin obwohl wir hier gesagt haben hans ist 42 Achtung peter kann ich hier nicht ausgeben den gibt es gar nicht den habe ich ja gerade gelöscht ich kann jetzt nur noch hans ausgeben das heißt wenn ich hier hans ausgebe kommt 47 wie wir es gewohnt sind aber wenn ich jetzt hier versuche peter auszugeben mal gucken was dann passiert das hätte ich ganz gerne weg sonst sieht man dass die ganze zeit dann passiert einfach gar nichts ihr seht ich kann aktualisieren wie ich möchte es passiert einfach überhaupt nichts weil peter nicht existiert und wenn ich ein alert aufrufe mit einer variablen die einfach nicht existiert naja dann kommt kein alert weil ich ja keine nachricht habe also vorsicht bei javascript ihr kriegt nicht irgendwie ein error oder sowas sondern ihr kriegt einfach nichts also keine ausgabe und deswegen ist javascript teilweise richtig schwer zu die bank also die fehler zu entfernen aber ja gut vorsichtig einfach sein wenn ihr auf irgendwelche variablen zugreifen die es nicht gibt das geht dann nämlich nicht deswegen hier einfach nur fans zugreifen okay so was wir jetzt auch noch machen können ist wir können einfach mal sagen ich möchte jetzt in hans keine zahl rein speichern sondern ich möchte eine ja eine kette von buchstaben ein sogenannter string rein speichern das heißt ich packe jetzt in hans mal folgendes rein zum beispiel dings wie berich ok der wird ja drei gespielt hat kennt das ganze so wenn ich jetzt hier hans ausgeben naja was passiert dann dann wird einfach dings wie berich ausgegeben das heißt ich habe hier einen gewissen teil an buchstaben eine folge von buchstaben ein string hier eingespeichert in die variabel hans und damit kann ich jetzt auch Arbeiten bei strings gibt es auch so genannte additionen dann hängen wir einfach zwei strings hintereinander das heißt ich kann kann schreiben hans plus keine ahnung peter nicht petzer peter Und wenn ich das jetzt ausgebe dann steht hier dings wie berich peter das heißt das hier plus peter und ohne leerzeichen wenn ich jetzt hier ein leerzeichen rein packen dann ist da auch noch ein leerzeichen dazwischen ja damit kann ich dann auch Addition sozusagen machen Gut ich kann mir das ganze auch sehr viel sparsamer aufschreiben wenn ich jetzt hier mehrere variablen braucht kann ich auch statt einfach war jedes mal neu hinzuschreiben kann ich hier vor meinem Semikolon noch ein kommas schreiben und kann dann anfangen noch weitere variablen zu definieren zum beispiel abc gleich 42 was jetzt nicht unbedingt eine sinnvolle beschreibung es achtet vielleicht auch darauf dass eure variablen namen Sinnvoll sind also dass da irgendein string drin ist irgendwie sowas drin steht wie test oder text oder sowas in die richtung nicht irgendwie sowas was wir jetzt die ganze zeit gemacht haben aber es macht ja nix okay das heißt ich brauche nur einmal wahr schreiben und dann kann ich meine erste variable definieren Komma meine zweite variable danach noch ein komma meine dritte variable noch wieder definieren noch ein komma und so weiter und so fort Kann ich so viel machen wie ich möchte Einfach nur halt irgendwie ein komma dazwischen setzen damit euer compiler weiß okay hier haben wir jetzt mehrere variablen und ihr erinnert euch noch an das Letzte video wir können das ganze auch weitere zeilen machen einfach ein komma und dann ein enter dazwischen dann könnt ihr hier direkt weitermachen und sogar in der neuen zeile weiter schreiben falls euch das so übersichtlicher ist und ihr braucht hier nicht mal ein wahr davor schreiben Wenn ich hier ein semikolon hin macht dann braucht ihr dieses war vorne dran wieder sonst gibt es einen fehler okay Gut das war erst mal so ziemlich alles was sie zu variablen wissen müsst damit könnt ihr schon sehr sehr viel machen vor allem mit den ganzen dingern hier Und ja nächstes mal geht es dann darum wir mit diesen variablen vernünftig arbeiten können paar sachen wie plus haben wir heute schon gesehen es gibt natürlich noch mehr Okay dann bis zum nächsten mal und wir hören uns bis dann ciao